Ja, ich bin entsetzt. Ich habe gerade gesichtet, wie die Lage der Dinge ist. Im Moment laufen die Umfragen auf eine Annalena Baerbock-Kanzlerinnen-geführte Regierung hinaus. Es bestätigt wieder auch meine These, ca. 28% reichen aus, um den Kanzler zu stellen. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding die Wunschgeschwindigkeit einstellen, immer in Wunschgeschwindigkeit hören. Ja, ein erschreckender Weitersuchkurs zeichnet sich überall ab, auch bei den Neuparteien und Kleinparteien. Grundsätzlich, ja, es lernt offensichtlich niemand etwas aus der Diktatur der Konzerne. Im Moment erleben doch Millionen von Menschen, sind doch eigentlich entsetzt, weil die Pharmakonzerne, Impfkonzerne, Maskenkonzerne, Testkonzerne im Moment das Land regieren. Und deren Werbung, jeder Krämer läuft seine Ware, deren Werbung eins zu eins von übernommen wird, ja, also sozusagen von allen übernommen wird, ja, weil alle eine Evolution hinter sich haben, genau das Gleiche zu denken, ja. Also die Konzerne, ja, letztendlich ist es so, dass im Journalismus eine Evolution gelaufen ist, das heißt, jeder, der Konzern kritisch war, wurde entfernt, weil er den Werbeeinnahmen durch die Konzerne entgegengestanden hat. Also die Mutation und Selektion im Journalismus haben dazu geführt, dass letztendlich nur noch Journalisten übrig sind, die gar nicht mehr kritisch gegenüber Konzernen denken, sondern extrem konzernfreundlich denken. Und deswegen wird, wenn also die Ärzteschaft, die Krankenhauskonzerne sagen, wir wollen Geld verdienen, wir belegen Intensivbetten, zum Beispiel gerne etwas großzügiger, sozusagen, dass wir auch da Leute reinlegen, die vielleicht gar nicht in Wirklichkeit ein Intensivbrett gebraucht hätten, da verdienen wir gutes Geld, denn sobald wir jemanden auf ein Intensivbett legen, verdienen wir richtig gut. Und das kritisiert niemand mehr. Also quasi, das ist quasi so, wie wenn McDonalds sagen würde, ja, wir hätten jetzt gern mal so und so viele Milliarden mehr Umsatz, bitte lieber Staat, bring uns doch jetzt mal die Kunden bei uns bei McDonalds rein und mach doch jetzt mal jeder Journalist ein bisschen Werbung für McDonalds und treibe uns die Kunden zu und übernehme unsere Sichtweise, dass McDonalds die gesündeste Ernährung von allen hat. Genau so läuft das im Moment. Im Moment braucht nur einen Krankenhausbetreiber zu sagen, ja, liebes Personal, wir sollten schon sehr, sehr vorsichtig sein, also ich versuche gerade einen vorteilbringenden Irrtum zu formulieren, wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein und bloß nicht jemanden zu spät auf die Intensivstation tun. Also liebe Leute, also beim geringsten Verdacht, dass da jemand Intensivstationen bedürftig sein könnte, bitte legt ihn sofort auf die Intensivstation. Wir wollen ja schließlich den Menschen bestmöglich gesundheitlich dienen. Und solch ein vorteilbringender Irrtum, der führt dann dazu, dass letztendlich ohne echten Grund lauter Leute auf Intensivstationen gelegt werden. Und der einzige tiefere Grund ist, dass damit dann die Krankenhauskonzerne natürlich extrem viel verdienen. Und dann kommt die Aussage, ja, die Intensivbetten sind zum relativ großen Teil belegt und deswegen muss jetzt der Staat sofort wieder einen Lockdown machen. Das heißt also, wer hier regiert, ist am Ende nichts anderes als die Krankenhauskonzerne selber. Die Medizin regiert die Welt in Form der Virologen, die sozusagen, wie werden Virologen sozusagen sozialisiert, wie werden sie geschult, wie werden sie indoktriniert. Virologen werden vom ersten Tag der Ausbildung indoktriniert. Wahrscheinlich sehen sie schon als Kinder diese ganzen Filme über Robert Koch und Louis Pasteur und so weiter und all diese Dinge. Und stellen sich nie die Frage, warum hat denn der Mensch keine Sensorik für Bakterien, Viren, Pilze und andere Mikroorganismen? Warum haben wir dafür keine Sensorik, wo doch bestimmt schon lächerliche Bakterien oder andere Dinge, also sozusagen Mikroorganismen erkennen können, wahrnehmen können und so weiter. Warum können wir die nicht wahrnehmen, evolutionsbiologisch? Warum hat die Evolution bei uns keine Sensorik beibehalten? Denn wir sind unsere, wenn wir weit genug zurückgehen, ist ja unsere Urgroßmutter auch ein Einzeller, ein bakterienähnliches Ding und so weiter. Also warum haben wir nicht die Wahrnehmungsfähigkeiten für Mikroorganismen beibehalten in der Evolution, sondern warum haben wir die, warum war die unnötig für uns? Weil wir viel zu groß und zu stark sind für Mikroorganismen, als dass diese uns gefährden könnten. Das ist die evolutionsbiologische naturwissenschaftliche Antwort. Das heißt also, Viren und andere Mikroorganismen sind für uns irrelevant. Bei uns geht es nur darum, solange wir uns kerngesund naturbelassend ernähren, was wir zum letzten Mal wahrscheinlich vor 400.000 Jahren getan haben. Wenn wir uns jemals wieder naturbelassend ernähren würden, hätten wir so starke und dann uns naturbelassend bewegen würden, einen naturbelassenen Gesamtlebensstil leben würden, ohne Einsamkeit, ohne Depression, was immer auch eine Depression des Immunsystems bewirkt und so weiter. Wenn wir glücklich und einen kerngesunden, umfassenden, gesunden Lebensstil praktizieren dürften, was uns ja verboten worden ist und zerstört worden ist, dann würden Mikroorganismen für unser Leben überhaupt keine Rolle spielen. Weil wir dann so starke Immunsysteme hätten, dass die keine Rolle spielen. Und wenn wir dann auch noch das natürlich so vorgehen würden, dass wir zum Beispiel Kinder erst ab dem 10. Lebensjahr oder 12. Lebensjahr überhaupt oder 10. Lebensjahr überhaupt ernsthaft medizinisch behandeln würden. Und es einfach akzeptieren würden, dass wenn ein Immunsystem durch die Zufallslotterie von Mutation und Selektion, die zufällige genetische Neukombination, die in diesem Kind einzigartig als Experiment vorliegt, wenn wir wieder ein natürliches Verhältnis dazu haben würden, dass es doch selbstverständlich ist, dass es keinen Sinn macht, wenn genetisch immunschwache Kinder mit einem unbrauchbaren Immunsystem künstlich gequält werden und künstlich am Leben gehalten werden, anstatt sie nur mit Schmerzmitteln zu behandeln und wenn ihr Immunsystem halt eigentlich gar nicht geeignet ist für das Leben, wir sie einfach schmerzlos einschlafen lassen. Wenn man solch ein natürliches Verhältnis zu den Dingen wiederherstellt, dann haben wir lauter, ab dem 10. Lebensjahr lauter immunstarke, kerngesunde Organismen, Menschen, die sich über Mikroorganismen überhaupt keine Gedanken machen müssen. Aber da lernen die Virologen sozusagen etwas, was man dann unter dem Elektronenmikroskop und den Mikroskopen gerade so sehen kann, nämlich winzigste Dinge und lernen, das sind die Killer schlechthin, das lernen sie. Die lernen also den Vorteil bringenden Irrtum, der dann in unseren Köpfen als parasitäres Meme, als Killer-Virus des Geistes wirkt und uns quasi dann wird uns eingeimpft. Ja, schrecklich, du musst schreckliche Angst haben und Panik haben vor Mikroorganismen, denn die sind die wahnsinnigen Killer. Nein, es ist nicht deine krankmachende Ernährung, deine krankmachende Einsamkeit, deine Depression, deine Sucht, deine Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten. Nein, es ist nicht dein liebesarmer Lebensstil, es ist nicht dein Sexmangel, es ist nicht, denn Sex stärkt das Immunsystem und so weiter. Nein, diese Dinge sind alle unwichtig. Kaufe, du kannst nur gesund sein, wenn du möglichst viel von der Medizin kaufst, möglichst viel Intensivbettenzeiten, möglichst viel Chemotherapien, Operationen, Impfungen, Bestrahlungen, Tests, Masken und, und, und. Du musst kaufen, 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 denn der Kapitalismus lebt, die Diktatur der Konzerne lebt davon, dass wir alle nur noch kaufen, 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 weil wir uns vor unsichtbaren Dingen fürchten. Es gab noch jemanden, der mit dem Unsichtbaren ein Riesengeschäft begründet hat, nämlich mit dem Unsichtbaren, Unbewussten und dem Unsichtbaren verdrängten. Sogar ich bin einige Jahre darauf reingefallen und habe also als Psychoanalytiker mit Sigmund-Freuds-Konzepten und neopsychoanalytischen Konzepten und, und, und gearbeitet und Lehranalysanten gehabt und so weiter. Ja, weil man als junger Student erst einmal auf diese Märchen reinfällt. Ja, als junger Student fällt man darauf rein, wenn plötzlich unsichtbare Dinge zu den entscheidenden Dingen erklärt werden. Die unsichtbaren Mikroorganismen, für die wir keine Sensorik haben, außer wenn es größere Mengen davon sind, dann riecht das schlecht und dann essen wir es ja auch nicht. Ja, verdorbene Sachen, wenn sie in der Natur irgendwie einen verdorbenen Fisch haben, ja, dann kann es sein, dass ein Wolf den noch frisst, weil er eine große Magensäure hat oder ein Löwe, aber wir Menschen dann wahrscheinlich Ekel empfinden und den eben nicht essen. Also wir sind, wir können größere Mengen an Mikroorganismen und deren Ausscheidung an dem Verwesungsgeruch erkennen und alles andere ist für uns irrelevant. Ja, also kleine Mengen davon sind für uns normalerweise irrelevant und deswegen haben wir auch keine Sensorik dafür. Und immer ist es so, dass es darum geht, unsichtbare Dinge, die die Leute ja nicht sehen können, zur Geschäftsgrundlage zu machen. Das ist in der Evolution immer ein entscheidender, vorteilbringender Irrtum, ja. Das Unbewusste, das Verdrängte kann niemand sehen. Dann gibt es noch die Fraktion der Leute, die von einem Unterbewusstsein reden, das niemand sehen kann. Dann gibt es auch noch Leute, die von großen Geistern sprechen, die niemand sehen kann. Also wenn sie irgendwo irgendwas von etwas Unsichtbarem geredet wird, dann müssen sie immer schon den Verdacht haben, hier handelt es sich um vorteilbringende Irrtümer, hier zockt sie gerade jemand ab, hier macht jemand gerade ein Geschäft auf ihre Kosten. Der eine will ihnen eine Psychoanalyse und Psychotherapie verkaufen, die angeblich heilen soll, in Wirklichkeit ihnen wahrscheinlich eher Schaden zufügt. Und der andere will ihnen, was weiß ich, Impfungen, Medikamente, Maskentests und andere Dinge verkaufen. Jetzt hatte man die Hoffnung, dass wenigstens viele Neuparteien jetzt also etwas daraus lernen würden, dass sozusagen dieses Erklären, dass man eben hingeht und unsichtbare Dinge zu den absoluten wichtigsten Dingen der Welt erklärt und daraus ein neues Geschäftsmodell ableitet, dass da die Leute aufgewacht wären und jetzt gesagt hätten, nein, jetzt brauchen wir also die Reformen der nextscientistsforfuture.de, dass wir endlich die Konzerne in unseren Dienst zwingen, und die Politiker, die Konzerne, die Politiker und die Medien so mit neuen positiven, starken, positiven Anreizen versehen, dass sie gezwungen sind, uns zu dienen und nicht mehr die Politiker und die Journalisten ausschließlich den Konzernen dienen und deren Geld dienen, nämlich deren Werbemilliarden dienen und deren Parteispenden und ähnlichen Dingen dienen. Und ich dachte, das hätte man kapiert, aber nein, alle machen weiter so wie bisher und die Grüne Partei, die also schon offensichtlich vor Jahrzehnten zu der Pharmakonzerne freundlichsten Partei Deutschlands geworden war, wie ich das mal selbst erlebt habe, einmal im Besuch bei der Grünen Jugend Köln, wo ich ganz entsetzt war, noch ein paar Jahrzehnte vorher waren die Grünen die schärfsten Kritiker der Konzerne und auch der Pharma- und Medizinkonzerne und so weiter, und die wurden zu den größten Freunden, waren zu den größten Freunden montiert, so nach dem Motto, Pharmakonzerne tun doch nur Gutes. Ja, 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 es ist ganz erschreckend, Sie merken es, ich bin ganz entsetzt, aber so die Sichtung, ja, worauf das hinausläuft, ist, dass eine konzernfreundliche grüne Regierung kommt von lauter, ja, von extremen Bildungsmängel gekennzeichneten Menschen, die überhaupt nichts von der Welt verstehen, überhaupt nichts von Naturwissenschaft verstehen, nichts von Menschen verstehen, nichts von Evolutionsprozessen in Politik und Wirtschaft und überall verstehen, die aber, die dann einfach, ja, das, es bestätigt sich einfach und ich muss es einfach aufgeben, vielleicht sollte ich meinen Job bei den, also meinen ehrenamtlichen Job bei den Next Scientists for Future und beim Weltrat der Weisen niederlegen und irgendwas anderes tun, damit ich das Elend nicht mehr sehen muss. Ich fürchte, es wird so sein, wie man halt zu realistisch zu befürchten hat, die Menschheit packt das nicht mehr, ja, das wird eine extrem konzernfreundliche Regierung werden, die nächste und es wird sozusagen die Diktatur der Konzerne weitergehen und noch stärker werden als bisher und wir alle werden nur die Sklaven sein, die Arbeitssklaven, die Kriegssklaven und die Konsumsklaven, vielleicht wird auch die Waffenindustrie, die Waffenkonzerne, Rüstungskonzerne vielleicht mal bald auch mal wieder einen neuen Schluck aus der Pulle brauchen, mal wieder einen anständigen Krieg, wo mal ein bisschen Umsatz ist für die Waffenindustrie und wir sind ja, wir sind nur das Vieh, wir werden dann wieder abgeschlachtet, weil es wieder um, ja, der Mensch, wir sind nur noch da, um zu kaufen, ja, wir sind nur noch da, zu da, um zu kaufen. Arbeitssklaven sind wir Kriegssklaven, die Waffen konsumieren und Kaufsklaven, Konsumsklaven, Konsumsuchtsklaven, Kaufsklaven für die Medizinindustrie und die Krankenhausindustrie und so weiter und das scheint niemand zu verstehen außer dem kleinen Kreis hier rund um die Next Scientists for Future und den Weltrat Ja, und die Menschheit, unsere Prophezeiung, dass es sein könnte, dass die Menschheit auf einen Schrecken ohne Ende hinausläuft, immer mehr degeneriert sich, immer mehr jetzt auch genetische, denn die Medizin arbeitet ja darauf hin, dass sich lauter Gendefekte in der Bevölkerung, und zwar unbewusst, also nicht bewusst, nicht bewusst, Unbewusst gibt es ja nicht, sondern nicht bewusst, das sind ja alles vorteilbringende Irrtümer, die Medizin glaubt, sie würde Gutes tun, in Wirklichkeit verwandelt sie in eine, die Welt, in eine Welt der genetisch defekten Menschen, die ständig krank werden und die ständig Hilfe brauchen und zwar gewinnbringend, also die ständig Geld bringen und ständig Kunden sind und dann auch die Sozialsparten, wer sind die gefährlichsten Sparten der Welt, die Sozialsparten, die NGOs, zu den Sozialsparten müssen wir zählen, die NGOs, die Arbeitsamtmitarbeiter und so weiter, die leben davon, dass es immer mehr Leid und Elend in der Welt gibt und die deren Vorteilbringende Irrtümer produzieren Massenarbeitslosigkeit, erhalten Langzeitarbeitslosigkeit, produzieren Elend in der Welt, in der gesamten Welt überall Elend, weil sie dann mehr Spenden kriegen als NGOs, mehr Karrieremöglichkeiten haben als Sozialsparten und so weiter. Und ja, letztendlich dann die zweitgefährlichsten Sparten sind sicherlich die Gesundheitssparten, die uns genetisch zerstören, ach so, die Sozialsparten sorgen dafür, dass auch sozusagen, die haben auch vorteilbringende Irrtümer, aufgrund derer, die unsere Gehirne im Durchschnitt immer kleiner werden, wir immer dümmer werden, die Menschheitsbevölkerung, die Erdbevölkerung immer dümmer wird und also eine Regression vorliegt, also eine Rückschrittlichkeit der Gehirnevolution stattfindet und diese dümmeren und primitiveren Menschen werden immer weniger in der Lage sein, sozusagen dieses kranke System zu durchschauen und endlich auszusteigen aus diesen bösartigen, patriarchalen Raubtierkapitalismus endlich durch starke, positive Anreize die Konzerne, die Politik und den Journalismus in den Dienst der Wählerinnen zu bringen. Nein, das schaffen sie immer weniger und dadurch wird die Menschheit nicht aussterben, sondern in einem Schrecken ohne Ende, in einem Leiden ohne Ende weiterhin dahin meditieren müssen und ich fürchte, ich habe keine bessere Nachricht für sie. Es sieht alles danach aus. Und die Menschen, die wenigen Menschen, die das mit uns durchschauen, die engagieren sich nicht und tun zu wenig und so kann es nichts werden. Also vielleicht sollte ich meine ehrenamtliche Tätigkeit als ehrenamtlicher Assistent von Weltrat und Next Scientist for Future niederlegen und mich mit etwas weniger Traurigen ablenken. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr konsumieren und so weiter und nicht mein Geld spenden an Weltrat und Next Scientist for Future und nicht meine Zeit spenden dafür. Es macht so den Eindruck, als hätte alles keinen Sinn. Ja, ich hoffe, ich kann irgendwann mal bessere Nachricht verkünden. Tschüssi, bis bald.